La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Gerte Geschwister, Allah hat alles und jeden aufgrund von Wörtern erschaffen. Und zwar diese Wörter, die Allah von uns verlangt. Und diese Wörter, die wir befolgen und an die wir glauben und sich Allahs Willen dadurch beugen, sind die Worte von La ilaha illa Allah. Die sind Worte der Wahrheit, Worte der Errettung, wie auch Worte der Vergebung. Und die sind auch Worte, die der Schlüssel sind für das Paradies. So wie die überliefert, dass Abu Dzerr radiallahu anhu, den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam suchte, doch der Gesandte alayhi sallallahu alayhi wa sallam schlief. So kam er später wieder und der Gesandte alayhi sallallahu alayhi wa sallam war wach und sagte, es gibt keinen Diener Allahs, der bezeugt La ilaha illa Allah, sodass Allah in das Paradies führen wird. So fragte Abu Dzerr radiallahu anhu erstaunt, auch wenn er stiehlt und Unzucht macht. Er sagte, auch wenn er stiehlt und Unzucht macht. Und Abu Dzerr radiallahu anhu wiederholt, verwundert, auch wenn er stiehlt und Sinner macht. Der Gesandte alayhi sallallahu alayhi wa sallam sagt zu ihm, auch wenn er stiehlt und Sinner macht. Und er fragt zum dritten Mal, er kann es nicht glauben, denn diese Sünden sind gewaltig. Und er fragt, auch wenn er stiehlt und Sinner macht. Sagt er, auch wenn er stiehlt und Sinner macht und auch wenn es Abu Dzerr nicht passt. Dies sind Worte, durch die Allah all unsere Sünden vergibt und uns in sein Paradies eintreten lässt. Vielmehr sind dies Worte, warum Allah azzawajal die Himmel wie auch die Erde erschaffen hat und alles was zwischen ihnen ist. Uns mit eingeschlossen. So sagt Allah tabarakatala, denn dies, am letzten Tag wird dies das Wichtigste sein. Genauso wie es am ersten Tag für uns ist. Am letzten Tag, wo Allah tabarakatala sagt, Am Tage, wo die Erde ausgetauscht wird mit einer anderen Erde wie auch die Himmel und Und sie vor Allah gebracht werden, den Einzigen, den Allbezwinger, werden wir befragt werden über La ilaha illallah. Und auch damals, als Allah tabarakatala mit seiner Hand über den Rücken von Adam a.s. strich, Und wir alle versammelt waren. Jeder Einzelne von uns war anwesend. Und Adam a.s. schaute verwundert auf uns und fragte, sind das alles meine Kinder? Also waren wir alle anwesend. Jemand von uns sagt jetzt, ich erinnere mich nicht dran. Oder ist das wirklich passiert? Dieses, wie es passiert ist, ist Reib. Wir wissen, dass es passiert ist. Doch diese Religion verlangt auch von uns, dass wir an Reib glauben. Denn das unterscheidet uns von den Nichtmuslimen, von den Ungläubigen. Denn, was ist die Eigenschaft der Gläubigen? الَّذِنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰهِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Diejenigen, die an das unsichtbare Glauben, an Reib, die das Gebet verrichten und die Spenden von denen, was wir ihnen gegeben haben, das sind die Gläubigen. Also verlangt von uns auch Allah, dass wir an Informationen glauben, die für unser Verstand weit hinausgehen. Doch wenn Allah oder der Gesandte, alaihi sallallahu alaihi sallam, dies bestätigen, so bestätigen wir dies auch. Und so hat uns Allah, ta'ala, versammelt. Und das Erste, was er uns fragte, ist, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Bin ich nicht euer Herr? Jeder Einzelne von uns ist gefragt worden. Und jeder Einzelne von uns hat geantwortet, بَلَا شَهِدْنَا Doch wir bezeugen es, wir bezeugen, dass du der Einzige Herr bist. Sodass wir يوم القيامة nicht sagen können, wir waren unnachtsam. Wir haben gewusst und wir wissen, dass Allah, ta'ala, der Einzige ist, der angebetet werden muss. Somit sehen wir auch in einer Überlieferung von Enes bin Malik, radiallahu anhu, verzeichnet im Muslim, also authentisch, wie schwerwiegend diese Worte bei Allah, azzawajal, sind. So wird Allah, ta'ala, يوم القيامة die Leute vom Feuer befragen. Und der, der die schwächste Strafe bekommt von Ahlen Nar, wird befragt, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, dass du die gesamte Dunya also im Austausch geben kannst, dass du aus Jahannam herauskommst, würdest du es tun? Er wird sagen, natürlich, ich würde alles hergeben, die gesamte Dunya, nur dass er nicht mehr im Feuer ist. So wird Allah, ta'ala, zu ihm sagen, ich habe noch viel weniger von dir verlangt. Etwas Einfacheres. Dass du mir einfach keinen Schirk machst. Dass du bezeugst, La ilaha illallah. Und dies auch umsetzt. Dass du dies zeigst mit dem Gebet. Dass du dies auch zeigst, dass du keinen Schirk machst. Das ist von uns verlangt. Und dieser hat wahrlich abgelehnt, dass er Schirk macht. Und das bedeutet für ihn, dass er für immer in Jahannam bleibt. Denn Allah, ta'ala, sagt er in seinem edlen Buch, Allah vergibt niemanden, der Schirk begeht. Und alles, was darunter ist, vergibt er, wen er möchte. Dies ist Allahs Recht, dass wir ihm mit Teuhid anbeten. So sehen wir auch, überliefert in Bukhari und Muslim, von Muad bin Jabal, radiallahu anhu, als er mit dem Gesandten, alaihi salatu wassalam, auf einem Esel ritt. So fragt ihn der Gesandte, sallallahu alaihi wassalam, O Muad, weißt du denn, was Allahs Recht ist bei seinen Dienern? Da sagt Allah und sein Gesandter wissen es. So sagt er, alaihi salatu wassalam, dass sie einzig und allein ihm dienen und keinen Schirk machen. Dass sie niemanden in der Anbetung zuschreiben, weder in seiner Herrschaft, noch in seiner Göttlichkeit, noch in seinen Eigenschaften. Da fragt der Gesandte, sallallahu alaihi wassalam, weiter, weißt du auch, was das Recht der Diener bei Allah ist? Seht her, für diese Worte, la ilaha illallah, haben wir schwachen Geschöpfe, mangelnde Geschöpfe, ein Recht bei Allah, te wareku wa ta'ala. Was ist das Recht? So sagt er, Allah und sein Gesandter wissen es. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wassalam, dass sie nicht bestraft werden. Dass wir bewahrt werden vor Allahs Zorn, wie auch vor seiner Strafe. So sagt auch Allah, ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Und dein Herr hat vorherbestimmt, dass nur er angebetet wird. Das möchte von uns Allah. Du kannst dich noch so viel Muslim nennen und Mohammed und Abdullah und weiß weiß ich was. Du wirst nicht Muslim sein, bis du nicht Allah azza wa jalla sein Recht gibst. und dieses Tawhid, dass du einzig und allein nur ihn anbetest, wenn du ihm das Recht nicht gibst, dann bist du auch kein Muslim. Dann hast du auch kein Recht bei Allah, ta'ala, dass du nicht bestraft wirst. Auch sehen wir, wie wichtig dieser Tawhid ist, dass als Mu'adh bin Jabba, radiallahu anhu, als Da'i, als Aufrufer zum Islam nach Jemen geschickt worden ist, sagt ihm der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam wahrlich, zu dir kommt ein Volk von Ahl al-Kitab, also Juden und Christen. So ist das Erste, wozu du sie aufrufst, la ilaha illallah Mohammed al-Rasulullah. Und wenn sie dir darin folgen, dann bringe ihnen bei, dass Allah ihnen fünf Gebete bei Tag und Nacht vorgeschrieben hat. Also man beginnt mit dem Wichtigsten, mit Tawhid, mit la ilaha illallah Mohammed al-Rasulullah. Wie wichtig dieser Tawhid auch ist, sehen wir in einem anderen Hadith, wo ein Wüsten-Araber auf seinem Reittier dem Gesandten a.s. entgegenkam wie auch seinen Sahabern. So sagt er a.s. er kommt zu uns, er möchte was von uns. Und er fragte, wer von euch ist der Gesandte Allahs? So sagte der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam ich. Und er befragt ihn über den Islam. Was ist Islam? Er sagt zu ihm, dass du bezeugst, dass niemand das Recht hat angebetet zu werden außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist. Er sagte, ich bezeuge. Dass du das Gebet verrichtest, mach ich. Dass du Saka gibst, mach ich. Und er zählt ihm die fünf Säulen des Islams auf. Danach geht er weg und sein Kamel oder sein Reittier stolpert und er fällt hin und stirbt. Der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam blickt zum Himmel. Die Sahaba fragen natürlich, was los sei. So sagte alayhi wa sallam ich sehe Engel die eilen um ihn Speisen zu bringen denn er ist wahrlich hungrig gestorben. Sie möchten ihn jetzt also füttern. Sie möchten ihn ernähren. Meine geehrten Geschwister dieser kurze Augenblick er bezeugt la ilaha illallah dreht sich um und stirbt war genug dass Allah sofort seine Engel schickt und in seine also in seine Hut nimmt. und dass er so das Paradies erreicht. Diese Worte sind nicht einfach bei Allah azzawajal. Das bedeutet auch für uns dass wir sich mit diesen Worten nicht spielen können sondern diese Worte haben Voraussetzungen diese Worte haben schweres Gewicht so müssen wir auch darauf aufpassen. Wir sagten auch dass diese Worte der Grund sind für die Vergebung der Sünden so wird überliefert in einem Hadith Qudzi dass Allah sagte O Sohn Adams auch wenn deine Sünden so viel wären dass sie bis zum Himmel reichen du mir aber keinen Schirk begehst so würde ich dir entgegenkommen mit so viel Vergebung alles würde Allah vergeben doch mach nur keinen Schirk sondern präge den Tauhid aus und auch Allah sagt wer etwas Allah beigesellt so hat Allah für ihn das Paradies verboten und er wird darin nie kommen dürfen egal wer du bist egal was du meinst wer du bist solltest du diese Pflicht nicht erfüllen oder solltest du dieses Recht Allahs verletzen gebührt dir Jahannam auch sagte Allah zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam es wurde offenbar zu dir und auch den Propheten und den Gesandten vor dir oh Muhammad zu den besten Menschen sagte Allah würdest du Schirk begehen würden wir alle deine Taten zunichte machen und du würdest zu denen gehören die zu den Verlierern gehören zum Prophet Muhammad und auch allen anderen Gesandten wer sind dann wir also ist es an uns Allahs Recht zu lernen und umzusetzen und diese Verbote Allahs die er aufgestellt hat auch zu lernen und diese nicht zu begehen und so werden wir dann auch sorgenlos in das Paradies eintreten dürfen so bitte ich Allah dass er uns den Tawhid gewährt unsere Sünden vergibt unsere Taten annimmt und uns in sein Paradies eintreten annas a qul 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 hatha was st a qul allah in qul ghafoor raheem La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah